Heyo, mein Gott von der Oeltsch, das ist mal wieder in der Stadt. Und ja, wir sind gerade auf meinem TS. Und ja, der ist fertig eingerichtet. Ja, dann... Der Pi wird unten in der Videobeschreibung sein. Ja. Ich mach das gerade nachbetonen, deswegen weiß ich nicht, wann der, zum Beispiel, also wann ich jetzt auf... äh, also der Channel switche. Ich bin der einzige Serverinhaber. Ja, der, gut, der weiß, der ist weg. Ja. So, jetzt gehen wir in die Admin-Lobby. Da ist es sozusagen kein Channel, aber da kann ich mir auch ein Channel reinmachen. und so weiter. Ihr geht jetzt mal in den Support-Warteraum. Also, ihr könnt nicht direkt in den Support-Warteraum gehen, in den Support-Warteraum, müsst ihr warten, bis euch ein Atmen in den Support-Warteraum hochholt. und dann... ja, habt ihr es, äh, ihr seid ja nicht supporten können. So, ihr seht jetzt noch mal dasselbe, äh, wie eben, da ich nicht genug Aufnahmen-Material habe, wo ich halt noch ein bisschen was besprechen möchte. noch mal sehr, 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 ganz großen Dank an die 82 Abos und irgendwas in 32.000 Aufrufe, äh, Viu-Gerbit hat den Geist aufgegeben. Da können wir ganz kurz was machen, muss man sehen. Ja, Moment! Ja, also, jetzt, Viu haben wir ja gestartet. Jetzt öffnet er kurz Internet-Browser. Also, äh, mega, mega, riesen Dank an euch! Gledet ihr hier auch schon meine... ...mein Kanal? Ja... ...lade. Gledet gerade den Banner. Ähm... ...ne, keine 82, 83 Subs. Danke dafür! Und ich habe, also, und ich habe 35.482 Aufrufe. 83, 83 Subs. Alter! Noch gerne gibt's ja wohl nicht. Also, mega, mega riesen Dank! Und das allein schon, äh, äh, einen Monat. Also, danke! Das war's von mir. Ha, dann! Ciao, Leute! Da kommt ein Abo-Flasche! Ska, was ist denn da? Da, wenn, die Leute nicht so prize? ES Wollt base!